a und ein herzliches salut zurück zu der last of us wir müssen ja gegen die komischen klickern ziemlich scheiße sind zu bekämpfen einfach so hallo man kann die also so killen das wusste ich jetzt nicht wenn ich wieder einsammeln ich brauche eine werkbank um es zu monetizieren ich bekämpfe den ganz normal macht vermutlich sinn ok hier haben wir wieder ein bisschen was was hat mir das jetzt gebracht wenn ich die viecher gekillt habe das weiß ich jetzt nicht so richtig kommen wir hier raus oder so ja das habe ich ja gar noch nicht nach ist von der anderen seite verriegelt hier hilf mir hoch ok nein das kommt gar nicht infrage na ich heb dich nicht hoch wie sollen wir das uns aufkriegen gut so so mal sehen und da ist der schöne sonnenaufgang oder unterbauen so ein dein kumpel hat sein auto für uns und was dann dann suchen wir tommy malin meint er klar wichtiger ist dass er mal ein firefly war er weiß wo du hin musst ok ich dachte er ist rot aber alle manche noch nicht deshalb brauchen wir das auto ja das ist bildshandschrift lebt sonst noch jemand in dieser stadt soweit ich weiß ist der allein ok muss auch ein schönes leben sein allein in einer stadt ich meine weiß ja nicht ob er ne ich find das eher langweilig hm 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 so für uns sind wir uns noch nervös oh leul hier hat wirklich aufgehört wo sind wir jetzt hin wo ist dieser dude ist zu viel Stacheldraht hier kommen wir nicht durch ziemlich sicher nicht so wie irgendwie hier hoch oder wie ne das scheint auch falsch zu sein müssen wir durch so ein adlauge wäre hier echt praktisch nach hier nach hinten oder wie scheint so hm das ist eine von bils fallen dein freund ist paranoid oder das kannst du laut sagen und wie ist der sand so tja er hat uns oft beim schmuggeln geholfen er weiß wo es was gibt dann hoffe ich dass wir auf der suche nach ihm nicht drauf gehen halt die augen offen dann passiert nichts so oh Gott was ist das was voll ist ach das ist das Papier ich würde sagen dann craften wir oh craften Alter da machen wir erstmal was sowas zum Beispiel da brauchen wir Papier nämlich für was können wir noch machen wir können solche machen die brauche ich aber kaum die sollen wir gerne noch machen und dann ja vielleicht noch eines solches dann das nehme ich auch aufsammeln hier ok hier ist alles verbunkert nach oben kommen wir auch nicht also von daher kommen wir hier nicht weiter aber ich glaube in dieser richtung geht es auf jeden Fall weiter mhm das sieht irgendwie so aus weil warum ist da eine Couch auf diesem komischen Truck hä das ist so sein Dings sein sein Wohnzimmer oder war so ne das ist auf jeden Fall falsch der Fieber und hier so wunderbar was liegt hier noch rum gar nichts ich hab doch was geentapieren Pfeil und Bogen alter sieh mal an gib ihn doch mir ich ich kann ziemlich gut damit umgehen für Waffen bin weiterhin ich zuständig tja wir hätten beide Waffen als Absicherung vergiss es ok ok geil aber ich würde es schon ihr geben hier das hier können wir nehmen ja warum nicht das jetzt wollte das eigentlich nicht ok ha 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 hey komm man hier nicht mehr hoch oder doch doch von hier muss man doch hochkommen irgendwie ja aber ich würde den Bogen schon ihr geben ehrlich gesagt würde ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Sinn machen ok ich hätte auch ein bisschen Angst dass sie mich plötzlich abschießt aus Versehen weil sie nicht ziehen kann oder so nicht jetzt bestimmt noch irgendwas oder ich habe viele coolere Ideen ich das hinhauen kann und zwar muss ich erst mal das hallo die halbe hier runter ich nehme jetzt erst mal das hier dann ich bin so dumm ich bin so dumm ich drücke einfach Dings reihe obwohl ich eigentlich X drücken sollte kann ich das hier nämlich nehmen Mann Junge ich will rüber so jetzt nehmen wir haben hier nämlich ein Brett oben das können wir benutzen rüber zu gehen m ich hab's nur ungern aber es macht mich nach wie vor nervös wenn du siehst so rüber ich nehme ich direkt weiter oder geht das nicht mehr ich kann das haben man schon noch nicht mehr aufschauen Scheiße probieren wir das Baby mal aus One-Shot Alter Hör mal zu das ist ja ziemlich geil Will ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person wenn wir bei ihm sind überlass mir das reden hast du gehört ja alles klar du musst dich daran halten er er ist nicht gerade nett zu können okay Bill ist okay er braucht nur etwas Zeit mit dir warm zu werden okay das hört sich falsch an das ist sowas von falsch an aber gut wir gehen jetzt erst mal hier runter und hier ist eine Falle siehst du den Draht berühren dich okay lass den Kopf unten dann klappt das schon okay ich würde hier weg gehen hörst du das? ja das ist ein Zombie Scheiße willst du da reingehen? mal sehen was wir finden du findest meine Leiche wenn mich der Schlag getroffen hat keine Sorge das wird schon hab's auf jeden Fall bereit ich höre auf jeden Fall keine Zombies Zombies würde man doch hören oder? das ist dieser Bill oh Mist Mann ich hab mich zu Tode erschreckt tja sehen wir uns ruhig mal um Mann wo ist dieser Bill eigentlich? dit versteh ich nicht so genau okay diesen Brief brauche ich jetzt eh nicht lesen da tun sich eigentlich eh die das sind immer nur unwichtige Informationen eigentlich das ist wie bei diesem Tomb Raider da gab es das auch immer aber eigentlich ist das ziemlich sinnlos lass uns von hier verschwinden ja ne Idee jetzt hab ich mein verbessertes Ding dafür verschwendet schon ein bisschen Verschwendung gewesen oh Mist so ein Scheiß lol den Pfeil unten äh den Draht unten hab ich nicht gesehen ja zumindest nicht bis es schon zu spät war siehst du den Draht? berühr nicht okay? lass den Kopf unten dann klappt das schon okay aber wie kann man denn jetzt hier denn? so ein Scheiß ja lass ja nicht die Dinger abschießen oh krass die Dinger sind ja der Hammer so kann man's auch machen jetzt versteh ich für siehst du zurück ah ok kurz muss ja auch selber noch ein bisschen zurück sonst wird es gefährlich ach man bin ich dumm ach man bin ich dumm wenn ich das gar nicht verwandelt ist ja komm beim Ziegelstein haben wir somit auch wieder aber man muss schon vorsichtig sein damit man die ganzen Drehteile die man sieht hm ach hier geht's rein ok bleib in meiner Nähe noch mehr Munition komm schon wir die Mannschaft oh Scheiß ich hab dich verdammt Bill was ist passiert? das ist noch eine von Bills Scheißfallen jetzt da der Kühlschrank das ist das Gegengewicht ok mach sie jetzt steigt das Seil durch so komm ich runter bin dabei oh das wird ein harter Auffall ja ist Steinboden das wird unangenehm dann geht ja scheiße sie kommen ja Leute wir müssen an dieser Stelle den äh den Part beenden wir sehen uns nächste mal wieder an dieser sehr sehr spannenden Szene bis dahin haut rein und schau ja wir sehen uns die Untertitelung des ZDF, 2020